Musik 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 guckt wahrscheinlich nur im Logistiksystem nach, wenn du ihm das im Feld für Bedingungen für das Logistiksystem sagst und mit der intelligenten Kiste, hättest du das auch machen können, aber es wäre kein Roboter gekommen, um die Reparaturkipps abzuholen. Ich dachte schon, dass du bei meinem Kommentar schwächelst, aber du hast es hinbekommen. Das schon, das war jetzt wahrscheinlich auf die Kisten bezogen, das hier unten, aber das intelligente Roboter, gut, nur im Logistiksystem nach, wenn du in das Feld für Bedingungen für das Logistiksystem, ich weiß nicht genau, was du meinst, intelligente Kisten, das ist ja auch schon eine Weile her, intelligente Kisten hatte ich ja irgendwo mal da oben verbaut, weil das ist ja komplett neu, da kam der Kommentar ja noch gar nicht. Weiß ich gerade nicht so ganz, was du meinst, tut mir leid. So, Kayano, Tenji, zwei Sachen, herzlichen Glückwunsch zu Folge 100, ja, habe ich endlich geschafft, 100 Folgen in Staffel 2, voll krass eigentlich, wenn man bedenkt, dass ich, dass ich nur jeden zweiten Tag eine Folge raushau, dann sind das ja 200 Tage schon, boah, krass. Okay, was haben wir noch? Ja, jetzt kommt eine Sache hier. Wenn es die Mittel zulassen, können wir ja die Kommentierfolge im Team aufnehmen. Dann kann einer die Kommentare vorlesen und die andere setzt sie um. Dann gibt es weniger Verständnisprobleme. Ja, ähm, also vorneweg schon mal nein, weil, ähm, ich nicht einfach mit, mit, äh, irgendwelchen Leuten halt aufnehme. Außerdem wird das dadurch noch umständlicher. Ich meine, ich finde eigentlich jetzt Kommentare einfach vorlesen und darauf reagieren, ist eigentlich recht einfach. Wenn wir jetzt, wenn man das jetzt zu zweit machen würde, wäre es echt, also wäre es komplizierter, weil man muss ja, man muss ja erst mal zusammenfinden und das aufnehmen. Okay? Ich meine, das ist nicht so kompliziert. Das stimmt schon, aber es ist ein bisschen komplizierter und ich werde nicht mit, also ich werde wahrscheinlich nicht mit irgendjemanden einfach aufnehmen. Es, ich weiß nicht, das klingt jetzt wieder so fies, aber, na, wie soll ich es anders sagen? Es ist halt irgendwie so. Ich nehme nicht mit irgendjemanden auf. Einfach so. Den ich nicht wirklich kenne. Und wenn ich der, also wenn, dann würde ich das mit, mit irgendwelchen Leuten aufnehmen, die ich halt schon besser kenne. Und so. Ich kenne noch nicht so viel. Oder so in der Art. Ja, es ist ein bisschen, naja, hat jetzt auch nicht so viel mit Factorio zu tun. Also ja, schon, aber es ist halt mehr so offscreen. Ja. Also, eher nein. So. Jetzt fühle ich mich wieder schlecht. Bernd Popel. Popel. Oder Popel? Popel. Weiß ich nicht. Ich kenne dich jetzt seit circa eins bis zwei Monate, Tenji. Und ich glaube, dass Guns and Robots was für dich wäre. Grüße an Nico, Olekna und dich. Ne, Nico gehört nicht zu Sinups Kanal. Nicht so wirklich. Und ich kann Ihnen auch schlecht einen Gruß ausrichten. Außer er sieht das gerade. Dann schönen Gruß an Nico. Guns and Robots, das schaue ich mir am Ende der Folge nochmal an. Da schauen wir uns mal ganz kurz rein. Ganz kurz. Aber erst am Ende der Folge. Okay, wenn ich es nicht vergesse. Ich vergesse viel. So, dann haben wir nochmal. Kayano, ich erstelle keine Duplikate von früheren Meldungen. Das würde ein heiloses Durcheinander herbeiführen. Okay. Äh, ja. Das heißt dann wahrscheinlich hier, dass man nicht nochmal das gleiche nochmal schreibt, was man in einer anderen Folge schon geschrieben hat. Wahrscheinlich. Marco Lutz. Hi Tenji, erstmal alles Gute. Es sind 100 Folgen von Vektorio. Hahaha. Ich mag deine Vektorio-Folgen. Über alles danke, dass du Vektorio letztlich bist. Oh, danke, danke. Danke, danke, danke. Ich hoffe, es wird noch eine ganze Weile weitergehen. Gerade wenn da ein Multiplayer noch rauskommt, dann gibt es bestimmt lustige Sachen, die man so machen kann. So, ja. Ich habe Tenji durcheinander gebracht. Aber warum hast du auch Steam während deiner Aufnahme an, beziehungsweise auf online gestellt? Ja, keine Ahnung, warum ich das auf online gestellt hatte. Ähm. Und warum ich es an habe. Ich habe es eigentlich immer an, irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Normalerweise kommt ja nichts. Normalerweise zwitsche ich ja nicht raus. Äh, so. Gut. Dann schauen wir mal uns die nächste Episode an. Folge. Das ist die Folge 101. Die Rakete muss fertig werden. So. Da scheint die dann, ja, wie man sieht, nicht mehr so viele Kommentare da. Voll krass. Voll krass. So. Eienartefakte. Große Perlen kann man bis zu 500 stapeln. Krass. Blassprobleme sollte es daher also nicht geben. Okay. Wenn du mal nicht weißt, warum du etwas nicht herstellen kannst, kannst du, wenn du, wenn dir die Zutaten angezeigt werden, in der letzten Zeile lesen, wie viel du von einem Ausgangsstoff brauchst. In dem Fall hattest du 100 von 155 Kupfer. Äh, Moment. Ich gehe mal hier rein. Ich möchte mir zum Beispiel das hier herstellen. Okay, das ist klar. Hier, das hier zum Beispiel. Wahrscheinlich das da ganz, ganz unten, ne? Da steht jetzt nämlich 30 elektronische Maschinenanlagen. Ich habe aber 0. Wobei das ja auch da in der Mitte steht. Es ist halt schwierig, wenn das Material fehlt für Zwischensachen, die man herstellen muss. Weil bei Powerrüstung steht jetzt 5 von 100 und 0 von 30. Und das sehe ich ja jetzt da ganz unten auch, bei den benötigten Materialien. Ich weiß jetzt noch nicht genau in der letzten Zeile in der letzten Zeile lesen, wie viel du von einem Ausgangsstoff brauchst. In dem Fall hättest du ja, wahrscheinlich meint er jetzt ganz unten das Zeug, was man da so sieht. Okay. Schauen wir mal, was ist noch so? Ah ne, ich will aber erst noch weiterlesen. Okay. Hattest du nicht mal noch Stein an der obersten Mauer im Norden, bei der Zugstation? Hatte ich da Stein? Oh, guck mal, wie schnell ich bin. Stimmt ja, ich habe ja dieses Exoskelettet rein. Haha. Miau. Alter, bin ich schnell. Also hier ist ja das, aber da ganz oben hatte ich da echt Stein. Stein. Ach, der meint vielleicht hier Ressourcen. Hier, bei den Löchern wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Das kann natürlich sein. Das Problem ist, ich sehe das jetzt nicht mehr, was da jetzt, ähm... Oder meint er jetzt hier... Das ist ja Kupfer. Hier vielleicht. Ne, ich glaube, er meint eher hier oben diese Löcher wahrscheinlich. Ja, das Problem ist da natürlich, äh... Da müsste ich erstmal was draufsetzen, um zu gucken. Aber kann natürlich sein, dass ich da Stein hatte. Alter, was ist denn hier? Außer, weil... Als wäre ja irgendwas kaputt, aber das sind einfach nur Leichen. Und das wird alles schön abtransportiert. Hoffe ich. In der Holzkist ist nichts drin. So, wieder was eingesammelt. Sehr schön, dann wird das hier hoffentlich alles mal richtig fett. Okay, was haben wir noch? Es gibt Samen für Whitewood. Du musst nur ein White Tree so lange stehen lassen, bis fünf White Berries drin sind. Mit Maus drüberfahren. Genau, das habe ich ja... Äh, da unten habe ich das ja jetzt dann geschafft gehabt hinzustellen. Wie gesagt, das sind halt ein paar Folgen, äh, zurück. Tenji, du hast Rakere im Titel geschrieben. Ich denke mal, du meinst Rakete. Ja, das habe ich gemeint. Habe ich auch dann geändert. Danke für den Hinweis. So, das war es auch schon hier mit den Kommentaren. Aber krass, bei 376 Aufrufe, fünf Kommentare und, ähm, davon sind vier... Vier Stück für, ähm, den Titel. Hahaha. Äh, okay. Was haben wir noch stehen? In der nächsten Folge. 102. Glückwunsch zu 5000 Loops. Ja! Danke. 5000 Abonnenten haben wir bekommen. Das ist sehr schön. Ich werde aber erst ab 6000 Abonnenten wahrscheinlich wieder so ein Spezial machen. Weil ich wieder mal nicht dazu gekommen bin, was zu machen. Und ich bin immer so ungeatet. Ja! Rechtfertigen, rechtfertigen! Haha. Tenji macht alles kaputt. Mache ich alles kaputt? Aha, ich habe ja die Dings... Äh, die... Ich habe ja hier, ähm, irgendwas überfahren und ich habe Sachen abgebaut. Heute nur zwei Sachen. Ich bin nächste Woche in Rom. Wenn ich Glück habe, gibt es da auch Internet. Na, das werden wir ja sehen. In einer Rüstung, in der ein oder mehr Fusionsreaktoren sind, brauchst du keine Akkus. Das ergebe sonst keinen Sinn, da der Generator als Primärquelle dient und der Akku als Notreserve. Da der Generator nicht leer wird, nur überlastet, brauchst du die Akkus nicht und kannst dort dann Schilde oder Exoskelette hinbauen. Außerdem solltest du mal gucken, wie viel Energie deine ganze Erweiterung der Rüstung brauchen und wie viel du zur Verfügung stellst. Dabei wird dir auffallen, dass du viel zu wenig Energie bereitstellst. Jetzt habe ich das letzte Wort nicht lesen können. Mist. Ja, und, äh, der Marco stimmt da auch nochmal zu. Ich stimme auch nochmal zu, denn, ja, es ist ja total logisch eigentlich, dass Akkus ja nur Sinn ergeben, als Akku kapaziert, also als Speicher, was ja nicht viel bringt, wenn der Reaktor ja eh permanent an ist. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht. So, jetzt ist die Frage, muss ich das jetzt errechnen? Kann ich hier irgendwie, kann ich hier irgendwie sehen, wie viel die hier verbrauchen? Wenn ich jetzt hier schaue? Ne. Woran sehe ich denn, was die verbrauchen? Oder wie ich schauen kann? Also der hat einen Energieverbrauch von 180 maximal. Also, boah, ich habe gerade meinen Taschenrechner hier nicht. Und was sind die hier brauchen? 200, das sind 600. Ich mache jetzt auch mal 200 raus. 600, 800, 1000. Das sind schon mal 1000. So, 1200 stelle ich her. Die Frage ist, was verbrauchen die hier, wenn die schießen? Ich glaube, die verbrauchen normale Laser, glaube ich. Oh, das war, Alter, was war das denn für eine Horde? Krank. Die verbrauchen, glaube ich, genauso viel wie ein normaler Laser. Oh, was sehr viel sein kann. Was sehr viel sein kann. Hm. Da musste ich schauen. Das stimmt natürlich. Deswegen werde ich, ich mache ja schon den Fusionsreaktor MK3. Den erforsche ich ja bereits. Der wird dann wahrscheinlich da bessere Dienste leisten. Aber ich könnte theoretisch jetzt hier nochmal zwei Schilde reinmachen und noch ein Exoskelett noch schneller laufen. Guckt mal, wie schnell ich bin. Das ist halt die Frage. Ich könnte natürlich auch Exoskelette haben. Hier. Da könnte ich hier noch einen reinmachen. Hier könnte ich auch noch einen reinmachen. Und könnte, also ich könnte hier einen und da reinmachen. Und dann könnte ich, wenn ich jetzt in Bauphase bin, kann ich ja immer diese Exoskelette reinschmeißen. So viel, wie ich hier reinkriege. Vielleicht könnte ich sogar die Waffen wegmachen und Exoskelette reinmachen. Einfach, damit ich schneller bin. Und wenn ich jetzt aber in die Kampfphase gehe, dann kann ich mir einen Haufen Schilde reinklatschen. Da muss ich ja nicht so super schnell sein. Da würde ein Exoskelette wahrscheinlich reichen. Okay. Also werde ich mir dann, werde ich in Offscreen nachher noch hier zwei Exoskelette mindestens bauen. Und vielleicht noch Energieschilde. Müssen wir mal schauen. Okay. Aber auf jeden Fall danke für den Tipp. Dadurch spare ich mir einiges am Platz. Ich hatte ja vor, glaube ich, sogar noch mehr reinzumachen. Aber ist ja irgendwie total auch Schwachsinn. Stimmt schon. Oh. Wobei, wobei momentan kann es noch Wissinn ergeben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, das muss man ja so sehen, die Dinger werden jetzt ja voll gefüllt. Ja, wie man gerade sieht. Jetzt wo kein Kampf ist, werden die voll gefüllt. Wenn jetzt aber ein Kampf ausbricht und meine Schilde müssen vollgeladen werden und hier, keine Ahnung, das hier wird auch noch verwendet und dann kommt noch die Laser, dann ist der ja überfordert, der hier. Das heißt, der liefert nicht genug Energie. Dann wird aber von den Batterien vielleicht nicht das Zeug mit rausgezogen und hier reingehauen. Und wenn ich dann wieder eine Ruhephase habe, lädt er die vielleicht wieder auf. Im Moment kann ich da noch so lassen, solange ich diese Schilde nicht hab und nicht solange ich den Reaktor noch nicht hab, kann ich das erstmal so lassen. vielleicht ist es so, wie ich das gesagt hab, vielleicht habt ihr es auch gar nicht verstanden, wie ich das gemeint hab, weil ich einfach so blöd bin. Hier wird es sich auf jeden Fall lohnen, mal das Fließband, glaube ich, kürzer zu machen. Voraus kommt der überhaupt hin bis dahin? Das weiß ich gar nicht. Weil die Perlen nicht da, oh, ich hab 400 Alien-Artefakte einstecken. What the fuck? Wieso hab ich 400 einstecken? Da hab ich irgendwas abgebaut, wo die es dann drin war anscheinend. Okay. 400! Alter Falter, okay. Danke für den Hinweis auf jeden Fall. Was haben wir noch? The Noobs Adventures auf der Suche nach dem weißen Baum. Ab 31.09.2014 für 9,99 Euro bei Steam erhältlich. So sieht's aus. Okay, weiter. Und jetzt kommt auch die letzte Folge und schaut euch das an. In der letzten Folge. Nichts. Gar nichts. Ja, geil. 2.45 Aufrufe. Irgendjemand hatte mal in irgendeinem Video drunter geschrieben, dass ich einfach langsam zu gut werde. Da gibt's halt nichts mehr zum kommentieren. Kayano würde mir da wahrscheinlich nicht zustimmen. Aber naja. Ja, eigentlich ziemlich cool. Eigentlich könnte ich jetzt doch tatsächlich nochmal schauen, ob ich mir hier der Reaktor... Erstmal schaue ich mir mal an, wie der Reaktor, ob das alles funktioniert mit der Forschungseinheit, wenn wir schon mal hier sind. Wie schnell ich bin. Das ist so geil. Und hier der muss ja auch irgendwann fertig gebastelt werden. Stage 4 von 4. Da ist doch eigentlich schon fast fertig. Ah, hier irgendwas... Ach genau, ich wollte ja diese Tins dann irgendwann herstellen noch. Das habe ich ja ganz vergessen. Da muss ich doch gleich mal schauen. Das habe ich doch dann in der letzten... Also in der einen Folge doch extra hingebaut, das hier. Weil ich ja dann das Zeug herstellen wollte hier... Ach komm, machen wir das jetzt einfach. Ist es halt nicht nur eine Kommentierfolge, das ist dann halt schon ein bisschen mehr. Ah ne, Moment mal, ich müsste das ja glaube ich irgendwie zusammentragen. Habe ich das überhaupt... Habe ich doch gar nicht das Ende gebaut, oder? Kurz schauen. Wo sind die denn? Es muss doch hier drin sein, oder sind die hier? Nein. Wo sind diese Spulen? Da sind die Spulen. Äh, muss... Ne, kann ich selbst herstellen. Dauert aber eine ganze Weile. Wie viel braucht ich davon? Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt... Tö, tö, tö... Wie viele Platten? Ich habe 90 Platten eingesteckt. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viel. Ich kann aber schon mal anfangen, welche zu... Ne, kann ich nicht. Ach, das Rezept kann nicht mit der Hand hergestellt werden. Das ist natürlich sehr interessant. Naja, gut. Dann würde ich sagen, klatschen wir hier einfach mal schnell eine Anlage rein. Dann stellst du das her und du kriegst einfach hier voll die Platten und dann stellen wir mal 90 Stück davon her. Miau! Dann würde ich hier noch mal ganz kurz bei der Forschung schauen, ob hier alles funktioniert, wie es soll. Nein, hier fehlt nämlich... Ja, was fehlt hier? Nein, die fehlen nicht. Sondern die blauen. Also es sind doch blau. Nehme ich mal an. Die Montage... Also die... Was sind das? Die Zweier sind das, ne? Ja. Ne, die Dreier. Ah, Stahl fehlt. Es fehlt an Stahl. Wo kommt der Stahl her? Ach, der kommt von hier unten? Ei, ei, ei. Nur ein Stahlwerk. Äh. Nur ein Stahlwerk. Was auch noch langsam ist. Ich mach mal kurz... So und so. Dann geht das jetzt ein bisschen schneller. Und das Stahlwerk... Ja, könnte eigentlich noch ein bisschen schneller sein. Ich werd's erstmal... ...noch ein bisschen verbessern. Ich hol die Nachfahrerkiste. So, und dann hol ich mir ein bisschen Stahl. Weil Stahl... Hab ich ja an einer anderen Stelle... Produziere ich das ja auch noch, das Zeug. Und dann werd ich's jetzt erst mal ein bisschen... ...verschnellern. Dass das hier ein bisschen... ...besser vorangeht. Vielleicht kann ich das ja dann irgendwann sogar abreißen hier. Weil dieses... Weil das Eisen... ...wird hier nur hingebracht. Nein, wegen dem hier. Oder? Ne, wegen dem. Der will das haben. Das ist auch der Einzige, der das haben will. Nur der hier, glaub ich. Ja, und dann halt dieses Stahlwerk. Und das Stahlwerk können wir uns dann sparen, wenn wir hier einfach eine Kiste bauen, die vielleicht von hier das einfach drauf macht. Das muss in die Richtung sein. Ja. Ne, ne. Das kann ich da oben sogar hinmachen. Ach komm, das mach mal. Mach mal die Nachfallkiste einfach... Äh... Die mach mal einfach... Wenn ich hier mache, dann setzt er die doof. Wenn ich die hier aber mache... ...mit Stahl... Stahl... Ich mach jetzt aber mal nicht so viel. 50, das muss reichen. Äh, 20. Muss reichen. Dann mach ich so. Da ist jetzt natürlich wieder kein... Schade. So. Jetzt hab ich natürlich da einen kleinen Stau. Weil ich nicht abgewartet hab. Ich Idiot. Und hier kann ich gleich abreisen. Weil die ja jetzt total überflüssig geworden ist. Wenn der Stahl jetzt von da kommt, dann sind die anderen Sachen überflüssig. So. Schön viel Kabel. Hahaha. Ja, und hier hatte ich ja, glaube ich mal, ein Band nach oben. Nein, hab ich nicht. Warum ist hier eigentlich so ein ewig langes Band? Ach so, weil das Zeug ja hier raus geht. Ah, na klar. Ja, dann kann das hier eigentlich abgerubt werden. Das muss ja dann bloß bis hierhin irgendwo gehen. Ja. Ja, bis dahin würde eigentlich reichen. Jetzt hab ich nur einen Haufen von diesen Dingern hier aufgesammelt. Von diesen Knickarmen. Was sind denn das für welche? Was hab ich denn hier? Das sind die normalen Knickarme. Die möchte ich eigentlich nicht haben. Kann ich die jetzt los... Aber wie war denn das mit Z? Nee, die glaube ich nicht so einfach los. Ich könnte natürlich irgendwo die einfach dazu setzen. Ich mach das einfach mal ganz kurz. Ah, hier ist bestimmt wieder kein Strom. Na ja, klar. Ja, irgendwie mach ich hier gerade irgendwie andere Sachen, die ich gar nicht so machen wollte ursprünglich. Aber na ja. So. Schmeiß mal da drauf. Das sind die doch. Ja, das sind die. Weil ich einfach zu viel davon aufgesammelt hab. Das muss nicht sein. So. Ob das jetzt auch noch irgendwie hinkommt. Machen wir kurz so. So. Äh, das wird jetzt schnell gemacht. Dann renne ich hier mal kurz hoch zur Rakete. Wollen wir mal schnell schauen, was die alles haben wollten. 100 Spindeln. 100 Wolken. Die haben 90. Stell ich gerade her. So. Wie sieht's jetzt hier aus? Immer noch 28. Puh. Dauert. Ein bisschen. Komme ich nachher nochmal her. Und dann hole ich mir schnell mal hier noch ein paar Spindeln. Dann können wir vielleicht die Rakete noch schnell fertig machen. Wenn wir schon dabei sind. So. 90 haben wir... Ah, Moment mal. Da kommen wir einen Haufen raus da. Hä? Ach, neun Stück kann man herstellen. Uh. Da stellt man neun Stück mit einer Prozedur her. Das ist ja mal krass. Ich hoffe, ich brauche das Zeug später nochmal, weil ich jetzt nämlich hier davon einen Haufen produziert habe. Oder wahrscheinlich produzieren werde. Wenn jetzt hier noch das Holz verbrannt wird. Was es nicht wird. Was ist hier los? Ist ja irgendwie voll, oder? Ach doch, hier. Jetzt bewegt sich's wieder. Und dann wird halt immer mehr hergestellt. Und das, äh, müssen wir auch ein bisschen unterbinden. Okay. Da haben wir jetzt hier gleich fertig. Ich hol mir mal schon mal die 99. Und dann möchte ich nur noch eins haben. Und so. Hab ich hundert Stück. Und die bringe ich jetzt ganz schnell da hoch unterwegs. Schauen wir nochmal schnell, wie jetzt die, die Kiste sich hier macht. Ist die jetzt leer? Neun. Naja, die wird noch leer. Oh, wie schnell ich bin. Das ist so geil. Okay. Und dann haue ich jetzt hier einfach noch schnell. Ja, schnell ist eine gute Sache. Da. Okay. Jetzt habe ich dann das. Ich glaube, ich habe alles. Ich werde nochmal mit dem PDF mal prüfen. Ach, zehn Antennens. Zehn Antennens. Habe ich noch nicht gemacht, weil ich keine Ahnung habe, was das ist. Aber zu 100 Prozessor-Units. Prozessor-Units. 100. Hä? Prozessor-Units? Das sind doch. Ach, die hier. Genau. 100 Einheiten. Okay. 200 davon. Davon habe ich sogar ein bisschen zu viel. So. 200. Ach, Advanced brauchte ich da. Das sind die hier. Wo sind die normalen? Ach, die normalen. Die 200 Advanced. 200 Stahlplatten. Die sind auch da. 100 Ironplates sind da. 100 Plastikbars sind da. 100 Ironsticks sind da. Und 100 Soldering Tins ist da. Das ist das ganze Zeug. Kann jetzt also hier rausgemacht werden. Und dann schaufel ich das wenigstens schon mal rein. Dann wird das schon mal reingeschaufelt. Und dann brauche ich eigentlich nur noch diese Antennens. Und da müssen wir uns dann einfach... Ach, hier Antennen. Ach, die brauchen nur bis Eisenstangen. Kann ich ja... Wie viel brauche ich denn? Zehn Stück? Waren das fünf Stück? Zehn Stück? Ich glaube, das waren einfach nur fünf Stück. Oder die zehn Stück waren das bloß? Ja. Da sind sie ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wenn ich auch mit Rechtsklick machen könnte, ich Idiot. Ja, dann kriegt man die doch noch fertig. Sehr schön. Dann muss ich doch gleich mal ein Stück von meinem Cappuccino nehmen. Hm. Okay. So, das dauert jetzt aber eine Weile, so wie das aussieht. Das Schaufeln dauert ja auch noch eine Weile. Wie man sieht. Ich habe da ja letztens ein bisschen nachgeholfen gehabt. Das Tin zum Beispiel könnte ich auch einfach direkt reinschmeißen. Wo auch immer das Tin jetzt ist. Da. Und dann könnte ich auch einfach... Ne, 100 Eisenblatten reinschmeißen. Ich könnte 200 Stahl reinschmeißen. Eins, zwei, ist alles kein Problem. Den Rest kann er von mir aus selber machen. Das ist noch zwei Plätze frei, genau. Und dann kommen da noch die Antennen rein, ganz hinten. Was sind das denn wirklich Antennen? Krass. Ey, dann ist die Rakete fertig. Rakete ist dann fertig. Dann kann man eigentlich Trading machen. Dann kann man traden. Dann brauche ich nie wieder irgendwas selbst abbauen. Ich höre mir das einfach dann von anderen Planeten. Aber die wollen ja auch irgendwelche Handelsgüter haben. Ich muss ja also... Muss ich irgendwas abbauen, um Handel zu treiben. Aber gibt es denn irgendwas, was die haben, oder haben, was ich brauche? Ich glaube nämlich nicht. Weil die Antennen brauchen wirklich lange. Okay. Ja, die brauchen etwas länger. Dann können wir nochmal schnell irgendwas schauen. Beispiel, wie jetzt die Forschung geht und unsere Kiste nochmal anschauen. So, unsere Kiste ist da. Die ist leer. Perfekt. Kann ich wieder einsammeln. Den drehe ich dann wieder richtig. So. Ist auch alles so langsam hier. So. So. So geht das. Ich meine, er ist eigentlich total... Ist eigentlich egal, ob die nur langsam sind oder nicht. Je nachdem, wie lange sie brauchen, um das hier zu scheffeln. Darum geht es ja im Prinzip. Weil der zieht ja eh nicht so oft was rein. Deswegen kann er auch langsam sein. Aber egal. Das passt schon so. Und dann kommen jetzt hier hoffentlich dann mal wieder ein paar blaue. Durch die hier. Knickarme sind da. Die sind auch da. Das da oben ist auch da. Aber die sind so langsam. Kann das sein? So. Die sind einfach nur richtig langsam beim Basteln. So sieht das. Das sind Montagemaschinen 2 sind das. Ich mache mal da 3er draus. Dann sind sie wenigstens noch ein Stückchen schneller. So. Hier fehlt noch eine. Aber die wird mir gleich gebracht. Dann sind die Antennen auch fertig. Dann haben wir das hier auch noch gleich noch ein bisschen optimiert. So. Okay. Jetzt sind die ein bisschen schneller. Das finde ich gut. Weil davon brauchen wir gerade richtig viele. So wie das aussieht. Guck dir das an. Die kommen gar nicht zum Forschen. Weil die Dinger einfach nicht hinterher kommen. Weil die einfach so langsam sind. Na gut. Okay. Dann haben wir das. Jetzt schmeißen wir mal schnell die Antennen rein. Und dann haben wir die Rakete fertig. Und dann gucken wir uns das dann an. Was die Rakete so schönes kann. So. Antennen rein. Und. Boah. Guckt euch an. Boah. Geil. Eine richtige NASA-Rakete. Ah. Ich bin ein Amerikaner. Ich bin ein Amerikaner. So. Okay. Oh. Und dann können wir da auswählen. Wo wir hinfliegen wollen. Nehme ich an. Und was haben wir hier? Das kann nicht abgebaut werden. Da muss ja irgendwo landen. Das Ding. Das stimmt schon. Und dann haue ich hier einfach mal hier. Wie wäre es mit Festbrennstoffen? Das ist doch was Gutes. Auf dahin. Oder dahin. Dahin. Not in yet. Muss ich full machen. Okay. Das muss ich mir glaube ich dann echt nochmal anschauen. Ich kann mal Trading klicken. You haven't got any landing platform to start trading. Wo ist? Das ist doch eine Landeplattform oder nicht? Ich close mal kurz. Dann nehme ich das mal und klatsche das mal hier drauf. Trading. Aha. Ja okay. Da muss ich mich dann echt noch ein bisschen beschäftigen. Mal ein bisschen schauen wie das funktionieren soll. Wer ist mit Eisen ne? Eisen ist immer gut. Ich kann es auch gar nicht anklicken. Das kann ich auch nicht anklicken. Hm. Na gut. Das werde ich auf jeden Fall noch irgendwie rausfinden. Gut. Dann würde ich sagen. Ich wäre. Ich war der. Ich war der Henshi hier von Supes Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mit der fettenden Rakete. Also bis dann. Tschüssi. Juuu. Ich war der Henshi. Tschüssi. Ich war der Henshi. Vielen Dank.